So, was geht, bönnische Nation? Mein Name lautet Danny B-B-B-Bönnisch Heute mal eine Frage Die Ihr noch nie Oh, mein, ah, mein, oder? Wieso macht mein Headset manchmal Geräusche? Das ist mein neues Headset übrigens Keine Ahnung, es hat gerade so laute Geräusche gemacht, keine Ahnung wieso Heute mal eine Frage Die ihr noch nie in eurem Leben gestellt bekommen habt Ähm Und zwar Ja, wie soll ich sagen? Und zwar, ihr wisst ja Ich mache meine Videos wirklich immer Ihr habt, ich glaube noch nie, außer vielleicht Wer von ganz Anfang an dabei ist Ein Video von mir gesehen Ohne Cam Und ich dachte mir, dass ich aus Spaß mal das nächste Road to Commander Mal ohne Cam mache Und es ist eigentlich nur so aus Spaß Weil ich persönlich ohne Cam Ich kann mir das eigentlich gar nicht so wirklich vorstellen Das ist das Ding Und natürlich, what the fuck, wieso Wieso spot der genau von meiner Nase Wieso? Oh mein Gott, habt ihr gesehen, er war hinter der Wand Und mein Auto-Aim Hat trotzdem noch Alter Schwede Hat ihn trotzdem noch verfolgt Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so laut Verdammt, nur noch 8 Munition Komm schon Nein Fuck, ich hätte meine Secondary rausholen müssen Okay, ähm Was ich sagen wollte So ohne Cam ein Video Ich weiß, es klingt jetzt ziemlich komisch Oh, verdammt, motherfucker, Alter Aber Ich hab noch nie in meinem Leben ohne Ein Video ohne Cam gemacht Wirklich so komplett ohne Cam Wow, mein C4 killt einfach keinen Besseres C4 ever Besser C4 Web ever Wisst ihr noch, als ihr mir in die Kommentare schreiben durftet Wie schlecht ich mit C4 bin So, Assist, vielen Dank Nehme ich in Kauf Diese Web ist ganz cool eigentlich, aber Ja, was soll ich sagen Oh, verdammt Oh, Gott Motherfucker Ihr könnt mich durch in den Kommentaren wissen Das, was ihr dazu sagt Wenn ich mein Video ohne Cam mache Einfach mal so Nur Kommentar Also so Genau wie jetzt Nur, dass man mich nicht sieht Kann man sich das überhaupt vorstellen? Jetzt mal ehrlich Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist so eine komische Diskussion gerade Weil Weil, keine Ahnung Oh, mein Gott Ich kann nicht spielen gerade Tut mir leid, Leute Ihr wisst ganz genau Wenn ich viel spielen würde Ich würde die Gegner zermalmen Zerstören würde ich die Also dann wäre ich Ich wäre immer Dann wäre ich so verdammt gut, Alter Aber ich zocke halt nochmal nicht Jeden Tag Deswegen, ähm, ja So Den haben wir leider nicht ermordet Leider weil er ein Loser ist So, vielen Dank Was machen die da? Nein Ich hasse diese Scheißschlugflinten missgeboten, Alter Ich hasse ihn übertrieben Aber nein Ich muss sagen Das ist schon Was macht er da? Ihr spielt ja mit diesem Scheißding Wie hobbylos muss man sein, Alter Das wusste ich So, verdammt Komm schon, kill ihn mit C4 Oder da hinten Kommt einer Verdammt Ich krieg nie Kills mit C4 Nie Bin die einzige Person Die nie mit C4 Kills bekommt Hör auf Geräusche zu machen, Headset Übrigens Ich hab's kurz mal angeschlossen Nur um's ganz gut zu testen Und ich muss sagen Also vom Sound her Kann ich nicht wirklich viel sagen Moment Aber ich kann euch sagen Das ist super Super gemütlich Das kann ich euch sagen Vom Sound her Kann ich euch noch Keine Informationen geben Ich werde dazu noch Ein Review machen Äh Ich denke mal Es wird kein hundertprozentig Richtiges Review sein Aber ich werde euch Ein paar Mal sagen Und Rocks Games Natürlich in der Beschreibung Verlinken Jetzt schon Obwohl ich jetzt Gar nicht machen müsste Aber ich will es erstmal testen Ich teste es gerade so ein bisschen Äh Das Headset kann man nämlich Für Äh Ich glaube sogar für Xbox One Und PS4 auch benutzen Korrigiert mich Werte ich stimmt Ich muss Ich muss doch gucken Ne Ähm Auf jeden Fall für PC Xbox 360 Und PS3 Hm Ich kann mir das schon nicht vorstellen Dass man es nicht für Links auch nutzen kann Vom Aussehen her Sieht es Es ist ja voll egal Wie es aussieht eigentlich Aber ich finde es schon Relativ wichtig Ähm Ja eher so Pro like Oh mein Gott Was ist das für ein Sound Ich guck mal kurz Ich glaube ich muss irgendwas umstellen Ich mache mal hier so den hier hoch Keine Ahnung was dann passiert Äh So machen wir das mal Oh jetzt ist richtig laut Oha Okay alles klar Oh richtig laut Alter Also es ist wirklich Pro Gamer Das gemacht also Man hört halt jeden scheiß Also wirklich jedes Einige Jeden einzelnen Krümel hört man Muss man nicht haben Aber ich schon sehr geil Also gefällt mir echt gut Ich muss sagen Die von Rocks Games Die ähm Eigentlich Ich wisst ihr Ihr müsst euch das mal so vorstellen Ich sag so ja Ähm Ich würde gerne das und was zugeschickt bekommen Und meistens sind die so faul um mir das zuzuschicken So wirklich Das ist die erste Firma Die mir auch wirklich was zugeschickt hat Ich weiß nicht Voll geil eigentlich Und bald will ich auch T-Shirts eröffnen Leute Aber T-Shirts sind immer so ein Ding Ich brauche ein richtiges geiles Motiv Oh mein Headset ist ausgegangen Verdammt Weil die Batterie leer war So ich mach es nochmal kurz an Naja mein Headset ist leer Jetzt höre ich gar nichts mehr Ah jetzt höre ich wieder was Ist leider leer Weil ich leider aus der Verpackung gekommen ist Und ich noch nicht die Chance hatte es aufzuladen Wie lange der Akku hält weiß ich noch nicht Oh jetzt ist richtig laut Jesus what the fuck ist das für ein Headset alter Alter ich werde ernsthaft jetzt also Lol What der Alter Okay Keine Ahnung was ich sagen soll Man hört einfach Ah was macht der da What the fuck Motherfucker alter Gib mal scheißen du Pisser Oh was Oh Gott alter Unglaublich Die Gegner Unzüglich Keine Ahnung Ich versuche mal Reime zu finden Aber ich finde voll schwer Reime Wir haben die Kontrolle verloren Nein 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 Sechs von mir Nein was mache ich da Ja wie gesagt ihr wisst ganz genau Wenn ich viel spielen würde Ich wäre der beste Spieler ever Nein aber ich wäre schon richtig gut denke ich Nur das Problem ist Ich habe halt wenig wenig Zeit Beziehungsweise was heißt Naja ich bin halt den ganzen Tag beschäftigt Wirklich den ganzen Tag Müsst ihr euch mal vorstellen Von morgens bis abends habe ich was zu tun Immer Mir ist nie langweilig Wenn mir langweilig wäre Dann lese ich mein Buch Und ich liebe Bücher lesen Und ich habe das echt Extrem vernachlässigt In den letzten eineinhalb Jahren Ich habe jetzt nämlich wieder ein Buch geholt Dazu will ich eigentlich lieber Im nächsten Video reden Aber ich kann euch schon mal heiß machen Aufs nächstes Thema Ja Bücher macht euch bestimmt richtig heiß Ne genau Oh Gott Pisse halt auf zu campen Du Motherfucker Spaß die alter So Bücher So Bücher Sind richtig geil Krimis Ich bin so ein großer Fan von Krimis Leute Ich lese dieses Buch Bis zu keine Ahnung wann Und ich lese und lese es Und das ist so geil alter Ich habe sogar so lange nicht mehr gelesen Dass ich sogar ein Statement Video Auf meinem Dingsda Kanal machen musste Auf meinem Display Kanal Wieso ich nicht mehr so gut lesen kann Ich kann nämlich mittlerweile gar nicht mehr so gut lesen Ernsthaft nicht Also ich kann natürlich lesen Und wenn es um leise lesen geht Kann ich perfekt lesen Aber wenn es um laut lesen geht Habe ich so das Gefühl Ich habe einfach lesen verlernt Habe ich so das Gefühl Weil ich so lange nicht mehr gelesen habe Kein Zeitungsartikel Gar nichts So Ich will jetzt auch nicht lesen So ganz kurz was lesen im Game Ich lese jetzt vom richtigen lesen Und ich habe diese ganzen Motherfucker Die gehen mir auf den Pisser Ähm nicht so warm auch Es ist so ein heißes Wetter irgendwie Ich muss sagen Ich bin sowieso mehr der Fan von Winter Im Moment Im Moment aber nur Dieses Jahr fühle ich mich nicht so wirklich nach Sommer Normalerweise immer so Oh mein Gott wie Sommer geil Endlich Endlich Ähm Ja in See Ähm Auf die See und sowas ne Oder auf die See ist vielleicht der falsche Begriff Man sollte lieber sagen Der Typ legt sich auf Man sollte lieber sagen Ähm An Stand und sowas gehen Und ich trinke ja normalerweise auch kein Bier oder sowas Aber ich muss sagen So ein Bierchen Am Sonnenuntergang Ich weiß nicht wer kennt das Wenn Oh mein Gott Es macht keinen Spaß Wenn die sich vercampen Die Missgeburten Motherfucker alter Jesus Ich piste ich Sie war für Scheiße Ähm So ein So beim Sonnen Beim Sonnenauf Ne Sonnenuntergang Sonnenuntergang Genau Hier muss ich aufpassen Ein bisschen mehr konzentrieren Ich konzentriere mich einfach zu wenig gerade Ich mache einfach die ganze Zeit lieber Anstatt mich zu konzentrieren vernünftig Aber ist ja auch willkommen egal Meine ich persönlich lege mich auch gar nicht mehr auf Dass meine gameplays im Moment nicht so ultra sind Aber ich muss sagen mit dem Headset Alter Schwede Und mit dem Mit dem Scaf Gut den Scaf kann ich leider nicht hier dann Also nicht An der Xbox One verwenden Aber wenn ich mir An der An der Xbox 360 360 Sorry deutsch ist hart Und ich kann nicht sprechen Ich weiß Seh dich Zeig dich Oh der ist da oben Und da Ja Was soll ich machen Das ist Der Sniper ist der dümmste ever Den ich jemals in meinem Leben gesehen habe Motherfucking Sniper Komm her du Nein 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 Was mache ich da Ich kann mich ganz gut ziehen Ich mache einfach irgendwas gerade Was für ein Gameplay ist das eigentlich Das zweite oder das erste Jetzt Ich weiß gar nicht Aber ich denke Wir werden die folgen Mal ein bisschen länger machen In letzter Zeit Weil Ich meine ich sage nicht Dass ich so schnell wie möglich Damit fertig werden will Nein Aber Vielleicht mache ich sie doch Ein bisschen zu kurz 20 Minuten sind eigentlich lang genug Oder 16 Minuten Meist ihr meistens im Moment Ihr müsst mich doch wissen lassen Was eure perfekte Länge ist Das heißt Sagt sie auch mal zu mir Wenn sie bei mir ist Motherfuck Alter mit seiner Secondary Lens spielen Spaß dir Alter Oh komm schon Wir können noch gewinnen eigentlich Komm schon Aber echt Der Sound ist bombenmäßig Also bombenmäßig Was nervt Im Moment Diese scheiß piepen Ab und zu nervt es mal So piep piep Kommt das einfach so Ganz leise Aber es ist halt Was macht der da Was macht der da Wie dumm alter Lernt spielen So Drohne aktiviert Hinterm Nein Und darf What the fuck Was ist das Was machen die da Wie dumm Jesus alter Dummheit muss bestraft werden Ja ja Dann wärst du am meisten Bestraft Danny Witzig Alter Seid mal leise So zurecht es mir langsam Steht hier nicht Wie ernst ich rede Jesus Ich hole die einfach Alle hintereinander weg Die Mammen Motherfuck Alter Lernst spielen Wir haben verloren Läuft bei uns Alter Oh Ist mein Headset wieder aus Ja ne Mein Headset ist wieder aus Aber wisst ihr was ich mache Ich hole kurz das Kabel Einen Moment bitte Ich habe nämlich ein Kabel Jetzt hier irgendwo hingetan Um mir nichts zu sein Ich habe keine Ahnung mehr Ach nee Doch 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 Hier ist es Hier ist es Das ist zwar ein sehr kurzes Kabel Aber ich denke Das ist auch gar nicht Dafür geeignet Dass man das Wertwissen lädt Ich habe noch ein anderes Kabel Das sollte länger sein Also ist Oh verdammt Oh mein Gott Wenn das runtergefallen wäre Würde ich so weinen Alter Ich hasse es Wenn neue Sachen runterfallen Es ist halt so ein kleines Normales Mini-USB-Kabel Und ich gucke mir gerade Ob ich noch ein anderes habe Nein Moment Ja so Okay Da unten habe ich noch eins Das ist ein bisschen länger auch So Das packen wir jetzt Stecken wir kurz mal rein Das ist auch das Was ich immer will Wenn ich bei ihr bin Ich meine wenn sie bei mir ist Oder andersrum Ist ja auch vollkommen egal So jetzt stecken wir es mal ein Und gucken Ob wir das laden können Während wir zocken Das wäre echt geil alter Weil mich nervt das immer Wenn das nicht geht Oh Natürlich ist es doch Ist das das falsche? Ist das der falsche? Okay das ist doch Das ist doch geil Das ist so eine Art Spezielles Kabel Habe ich so das Gefühl Das ist gar nicht so Oder? Ein Moment mal No Das ist so Ich weiß nicht Doch das ist so Spezielles Kabel Denke ich So ein spezielleres Kabel Krass alter Okay ich stecke es mal hier kurz rein Sagt sie auch mal Ein Moment bitte So Ich bin wieder da Keine Panik Auf der Titanic Oh Gott Das ist jetzt ziemlich Ungemütlich gerade Das Kabel ist zu kurz Da muss ich mal nachfragen Ob es ja auch ein längeres gibt Wieso Klingt alles immer so zweideutig Was ich sage So jetzt kann ich wenigstens noch Oh Gott hoffentlich geht es nicht kaputt Oder sowas Ich mach es mal so So Ah schon wieder diese Map Immer wieder diese Map Sorry immer dass ich Irgendwie so unorganisiert Hier reingehe Aber ihr kennt meine Videos Ja und wir sind hier nicht Oh Gott Ich wollte unbedingt das Auto Zu explodieren bringen Ich habe mich schon so Im Kopf vorgestellt Wie ich es aussehen würde Ja du Motherfucker Versuch es gar nicht Als so Wichser Schon wieder diese Map Diese Map kommt einfach immer Habe ich das Gefühl Hinter mir Was Was Oh Gott Ich hasse diese Momben Ja genau Egal bis jetzt läuft es eigentlich sehr gut Ich muss sagen Ich bin echt happy gerade Ich bräuchte jetzt nur noch einen Xbox 360 Dings da Aber das werde ich mir dann kaufen Lieber Ich will ja nicht alles umsonst bekommen Ich kann nicht Ich weiß nicht aber Ich bin es Ich bin es so gar nicht gewohnt Sachen umsonst zu bekommen Eigentlich Ich kaufe mir immer alles eigentlich Immer alles selber Alles Fast alles Wirklich Nein Oh Wäre das schön gewesen Gott wie ich den hasse Gut Letztes Game für heute Ich denke ab den nächsten Folgen Wenn ich die Gameplays länger mache Mir ist extrem warm Muss ich auch sagen Außerdem habe ich noch Vieles Viele Sachen zu tun Und beantwortet mir aber bitte Die Frage mit Mit der Facecam Es ist eher ein bisschen Einzigartige Oder eigenartige Frage Besser gesagt Aber Ja wie gesagt Ich mache eigentlich immer Videos Nur mit Facecam Und So ich weiß nicht Ohne Facecam Wäre es schon ziemlich Ziemlich merkwürdig Sehr sehr merkwürdig Sogar Aber ihr könnt mir sagen Was ihr davon denkt So ich muss mich mit diesem C4 gewöhnen Wäre es wichtig sein Für die Zukunft Vor allem eine Sache Die ich noch erwähnen wollte Die wollte ich auch im nächsten Video erwähnen Ne im nächsten Part Sehen wir über Bücher Und über Meine Lieblings Games Und sowas Darüber leben wir im nächsten Part Und Ja dann nehmen wir alle zusammen Drogen Und sind happy Ne Genau Genau Wie der Der ist auch happy gerade Genau So gehen wir Ah das war knapp Aber ist gar nicht so schlimm Wo ist er 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 Da ist ein Sniper hochgesandt Kommt er hier oben oder was Nope Keine Ahnung was ich gerade tue Tut mir echt leid Ich renne hier ein bisschen drum Und eigentlich achte ich jetzt mehr auf den Aber diese Das Ding ist Es klingt alles so ein bisschen Ich weiß gar nicht wie ich erklären soll Es klingt so extrem Extrem Realitätsnah Quasi so Es klingt halt mehr so Mehr so echt Habe ich das Gefühl Klingt richtig komisch Ich weiß aber Es klingt Keine Ahnung Ich kann es ja nicht erklären Es klingt einfach anders Ich achte jetzt hier auch gar nicht darauf Ob ich die Schritte hören kann Weil ganz ehrlich Zum einen Team Deathmatch Und nicht nur das Zum anderen Hier in Black Ops 2 Ist das nicht so eine gute Idee Das zu testen Ich habe es geholt Vielen Dank Auch Gold Vielen Dank Für diese Gegner sind Lappen Alter Die sind viel zu schlecht für mich Ein viel zu guter Call of Duty Spieler So Motherfucker Nein Ich hätte das nicht Oh nein Ich sag nicht Ich war kurz vor meinem Orbi Oh Jesus Wie ich das hasse Na gut Ich ärgere mich nie Oh verdammt Ich ärgere mich eigentlich nie so Wenn ich Weil mein Team am Gewinnen ist Aber wenn ich ein Orbi bekomme Nicht bekomme Kurzer vor sterbe Und mein Team am Verlieren ist Da werde ich immer richtig wütend Also so richtig Richtig wütend So richtig Könnt ihr euch vorstellen Wie richtig wütend ich dann bin Seht ihr Das soll eine Einen Moment bitte Vielen Dank fürs Warten So vielen Dank Die Sniper heutzutage sind immer netter So Oh Ich wusste dass ich gewinnen werde So Drohne aktivieren bitte Vielen Dank So Perfekt Und die Reise geht weiter Es ist wie so eine Reise um die ganze Map Habe ich so das Gefühl Die kommen beide hier lang Deswegen warte ich hier kurz Was Was What the fuck Campen wird bestraft Leute Ernsthaft Aber da habe ich das richtig gemerkt Jetzt So Ah wir haben gewonnen Sehr schön Sehr sehr schön Okay ich mache nur ein Gameplay für euch Aber nur weil ihr es seid Ist echt cool Das kann man sogar für eine PC benutzen Ich glaube man muss dann die Das den USB-Kabel nicht an die Xbox anschließen Sondern an die PC Ich weiß es noch nicht so genau Weil ich Ja drogen nehme Mein Spaß weil ich Es halt noch nicht ausgerichtet habe Ich habe es erst seit Eine Stunde ungefähr das Ding Ich war noch ein Gameplay für euch Weil ihr halt weil ihr ja nett seid Zu mir in letzter Zeit Alle hassen mich in Wirklichkeit Okay Spaß Welche machen wollen wir spielen dieses Mal Diese ist richtig scheiße Diese missgeburten Waffe Aber der ist eigentlich so gemein Doch Du bist eine scheiß missgeburten Waffe Genau es gibt noch ein Thema was ich erwähnen wollte Das werde ich gleich tun Damit ich meine Themen ein bisschen einteilen Meine Videos Aber erst mal will ich Ich werde es eh vergessen Kann ich mit euch wetten Was soll ich nehmen Ich habe keine Ahnung I don't even know anymore man Probier auch nicht Okay nehmen wir So das Naja okay ich sehe zwar keine Tarnung jetzt Hier aber ist mir auch scheißegal Ich werde mich nicht mehr darum kümmern Nehmen wir das dort Leichtgewicht Und nehmen wir mal die MP Ja für hijackt MP7 Ja okay machen wir Ah nicht so eine gute Idee Eigentlich Eigentlich nicht so eine gute Idee Ich denke nochmal kurz einen Schluck Hier wisst ihr alle Ich habe einen Let's Play Kanal Wo drei bis vier Videos täglich kommen Und Ähm Ich Ich weiß nicht aber Ich habe mir so Ich habe jetzt für meinen Let's Play Kanal Einen Plan erstellt Wann welche Videos kommen Zum Beispiel wenn ich ein Display anfange Diesen Plan kann ich euch kurz mal in der Beschreibung verlinken Da könnt ihr euch umsehen wie es aussieht Ungefähr ist noch nicht ganz fertig wahrscheinlich Zu dem Zeitpunkt wo ich es hochlade Vielleicht schon Müsst ihr mal nachsehen Und da steht wann welche Let's Play Oh Gott Ich hätte ein C4 rüberwerfen müssen Gut das merke ich mir dann fürs nächste Mal Da steht dann weil welche Projekte wann kommen Also in welche Uhrzeit und sowas Und das ist halt ziemlich ziemlich geil muss ich sagen Dann wisst ihr halt Okay auf 14 Uhr kommt Zum Beispiel Super Mario Galaxy Oh Gott was mache ich da eigentlich Bin ich behindert Dieses Kabel nervt irgendwie ein bisschen Ich hoffe das gibt es auch in der längeren Variante Das wäre Diese klingt alles immer so zweideutig Wenn ich da was sage I don't know Even know anymore So Oh wir haben sogar einen gekillt Ach dieses Kabel Ich muss mich dann gewöhnen denke ich Für diesen Part zumindest Zumindest So ist schön Weiter geht's Oh Jesus Was zum Teufel Das macht keinen Spaß Was für ein Motherfucker Ich mache mal kurz den Sound Ein bisschen lauter Oh Jesus Das war knapp Er hat eine Stoffhunde bei sich Mit diesen Dingern Will ich mich nicht anlegen Eigentlich kann ich campen Das ist wesentlich effektiver Meistens Sollte vielleicht Ich lade immer nach Oh ja wow Alter Ach Gott Von irgendwo muss ich mich immer Ein Hund wegholen Mir ist auf die Nerven man Ist auf die Nerven man Von hinten Schechty Mates So nervig Leute Ohrenshaft Ich denke da Ab der nächsten Folge Werde ich mal drei Games machen Und nicht mehr zwei Oh wow Ja ich wusste Ich wusste Dass ich sterben werde Sorry Ich glaube heute ist einfach Nicht mein Tag Um COD zu spielen Aber es ist uns Ja vollkommen egal So Vielen Dank Was Ach keine Ahnung Komm her Kabel Ja bestes Spiel ever Wurde er getötet Ja ne Gut gemacht die Mates Bin so stolz auf dich Du bist zwar trotzdem Lappen Aber trotzdem bin ich stolz Wir werden gespawnt Das ist das Problem Wir werden gespawnt Oh mein Oh mein Gott So Natürlich habe ich dann wieder Kein C4 C4 Kill bekommen Was mache ich da eigentlich Nämlich Drogen Kann das sein Ich glaube das sind Drogen Ja definitiv Glaube ich auch So ich gehe jetzt mal rüber Um die jetzt mal zu Spawn trappen Ja das klappt super Bleibt bestens Wow alter Ich packe das Kabel jetzt kurz mal raus Weil das nervt wirklich Das würde sich wahrscheinlich Richtig geil anfühlen Ja es ist draußen Egal kein Kommentar Ihr müsst euch mal jeden Satz Ihr müsst mal So eine Liste aufmachen Von den ganzen zweideutigen Sachen Die ich in meinen Videos zu sage Alles was zweideutig klingt Müsst ihr mal Was So unfair alter Der Typ hat eine verdammte Sniper alter Du Bastard Diese KSG ist auch so random Ein paar Leute wissen ja auch nicht was random heißt Hab das mal in einem Video gesagt Das heißt sowas wie zufällig Manchmal trifft sie manchmal nicht Sowas halt Ich sterbe die ganze Zeit Aber ist mir irgendwie nicht so wichtig Gerade in dem Moment Bitte mach das nicht kaputt Oh du Wichser alter Motherfucker Was denkst du wer du bist Aber der nicht Bin doch nur sein Teammate Das ist doch nicht so gemein Es ist mir scheißegal ob du mein Teammate bist Du bist ein Wichser Genauso wie er Ich bohren alle dort gerade in dem Moment Kurz mein C4 hin Doch da hinten Ja vielen Dank Ich weiß es zu schätzen meine Freunde Ich weiß es zu schätzen Wenn ich freie Kills bekommen Nimm ich sie immer und immer wieder gerne an Ja Beide Kills bekommen Wow ich bin dumm Eigentlich hätte ich diese beiden Kills bekommen müssen Ich weiß nicht Ich weiß nicht Was um mich gefahren ist Ich kann es gar nicht so wirklich erklären Es ist wirklich wirklich merkwürdig Oh mein Gott Die kommen alle angesandt Wie nett von denen Bestes Commentary ever Meine Commentary sind die besten ever So Wir werden jetzt hier hinspawnen Ja Vielen Dank Ey diese Wisst ihr was Ich bin so blind gerade in dem Moment Aber ich muss auch dazu sagen Ich nehme das gerade hier auf die leichte Schulter Also es ist mir nicht so wirklich wichtig Ob ich jetzt so richtig versage oder nicht Oh verdammt Oh dieser Motherfucker Alter wie ich den hasse Allgemein Snipern Pisten mich hier an Übrigens wenn ich meinen Mitsub von hier runter tue Ah ne 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 Das geht nur wenn ich eine bestimmte Einstellung Ähm Einstelle quasi Dann ja So vielen Dank Da rüben Verdammt Was macht er da Was ist sein Ziel Bitte erklär es mir einer Bestes Bestes Spiel ever So Oh verdammt Alles klar Äh 26 Minuten Hm Ich habe echt Lust Ich habe echt Lust zu zocken Muss ich sagen Ich habe richtig Lust zu zocken Gerade Okay Wisst ihr was Ich mache sogar noch ein Spiel Aber nur jetzt aus Spaß Okay Und das letzte Spiel heute Was ich glaube Bin ich mittlerweile eigentlich Ich weiß gar nicht Um mich zu sein Ich bin einmal der erste Ich weiß gar nicht Wie ich es aussehen würde Wenn ich die ganze Zeit zocken würde So Nur Call of Duty zocken würde Schaut euch das mal vor Es war zwar langweilig Es umgeht nicht mehr Wir zocken noch einmal Vielleicht für alle Denn mich würde interessieren Wie ich abschneiden werde Und wir haben überall Totenstelle dabei Sehr schön Ich abschneiden werde Mit dem Headset Ich glaube man müsste Die ein bisschen hören Aber Es wird schwer sein Hier im Black Ops 2 Kann man das gar nicht So wirklich einschätzen Wenn wir ehrlich sind Frei für alle Im Einsatz wurde autorisiert Dann würden wir 18 Kills Vielleicht können wir aufholen Vielen Dank Wow Wow Bester Hund ever Ich bin ein Hund Ihr wusstet es zwar nicht Aber Was Ich habe ihn gehört Aber ich wusste nicht Von wo er kommt Um ehrlich zu sein Ich habe Angst Dass mein Akku leer geht Aber ich weiß gar nicht Können wir noch aufholen Das ist hier die Frage Es leckt Es leckt Es hört auf zu legen Hier ist einer Hört auf zu legen Ah endlich Okay endlich Sehr schön Ich hasse es wenn es lag Alter Das provoziert einen so Wenn ich mir so Diese scheiß missgebotenen Game alter Okay Ist jemand hinter mir Oder sowas Wahrscheinlich links von mir Ja ich wusste Es war klar War so klar Es lag immer noch Um ehrlich zu sein Es lag immer noch Es wird auf jeden Fall Kein Host So vielen Dank Konnte ich nur Aluminium Weh meiner Drohne So als lag What the fuck So richtig merkwürdig Wie es lag Seht ihr das Seht ihr das Das wäre die interessanteste Frage Die mir jemals Beantwortet könntet Es wäre sehr interessant Wenn ihr mir die beantworten könntet Seht ihr das ob es lag Also bei mir lag Es schon ziemlich Hört muss ich sagen Sehr gar nicht Dass wir noch einholen können Aber Ich muss sagen Schritte kann ich Übrigens Ich kann euch nicht sagen Dazu muss ich MW2 zocken Und nicht Black Ops Das ist das falsche Spiel Oh wir haben Hobby Vielleicht können wir doch noch Auffüllen Merke ich immer gar nicht Oh mein Oh Ja gut Ich werde War das der erste Der verlassen hat Wenn ja Oh wir führen Fast Nicht wirklich Aber fast sogar Sag mal so Wir sind gut am aufholen Oh wow Motherfucker alter Spaß dir alter Jetzt muss ich wieder Meine streaks Oh wow Es ist nicht immer scheiße Wenn man mit einem Orbi Stirbt So um ehrlich zu sein Okay wo sind die alle So Vielen Dank für die ganzen Kills Ich weiß es zu schätzen Ich würde so gerne Die ARN 94 haben Leute So gerne alter So vielen Dank Für die nächste Drohne Vielen Dank So vielen Dank Vielen Dank Moment mal bitte Danke fürs Warten Wow mein Gott Jesus alter Bester Black Ops 2 Spiele ever Ihr müsst euch mal vorstellen Ich meine das ist erst Ein Prozent von dem Was ich wirklich können würde Erst ein Prozent Leute Einen Moment bitte Vielen Dank fürs Warten Ich finde es immer so nett Wie die Gegner einfach warten Auf mich Oh verdammt Ich frage Jetzt können wir Können wir noch gewinnen müssen Nein eigentlich Bitte nicht auf mich Bitte nicht auf mich Bitte nicht auf mich Ah das ist er hier Ja Okay der muss angepisst sein Wow nein Hast du das alter Wie kann sowas passieren Hund alter Du stinkst Fetter Fettsack So Joa War ziemlich einfach So war jetzt nicht wirklich Eine Herausforderung Muss ich sagen Weil wie gesagt Das war nur ein Prozent Von meinem richtigen können Normalerweise Nicht Spaß Aber ähm Ich muss sagen Würde ich wirklich Viel mehr zocken Da würde ich öfter Sicher game-liger spielen Obwohl das ja nicht mal gut war Ja gut Ja wow Keine Ahnung Das waren ja nicht mal 30 kills Aber zwei Folter Weil ich glaube das zählt Als ein kill oder sowas Ne Ja was ich sagen wollte Würde ich den ganzen Tag Auf Judy zocken Würdet ihr nur solche gameplays sehen Aber Vielleicht kommt der Moment ja wieder Etwa an zu auf Ja dann wahrscheinlich Ja Dann wahrscheinlich Da werde ich auch meinen Let's Play Kanal mehr für nachlässigen Das wird in dem Moment einfach so sein Weil ich einfach Wenn das Spiel gut würde Aber ich hoffe es Ne Und zu Gamescom habe ich auch noch gameplays Das werde ich euch aber noch zeigen Daumen hoch für die lange Folge Und für mehr längere Folgen Ich weiß es sehr zu schätzen Schreibt mir in die Kommentare Wie lang Eure Haare sind Und Abonniert jetzt meinen Kanal Um der Bündnischen Nation weiter zu treten Und ich sehe dich Im nächsten Video wieder Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.